Hallo und willkommen zurück zu Final Fantasy 1. Im letzten Part haben wir eine Fee gerettet und ich habe ein bisschen gefarmt und gelevelt. Ja, das mit Leveln war ungewollt, aber ich habe Monster gefunden, die haben mir jeweils nur ein Guild gegeben, aber dafür sehr gute Erfahrungen und deswegen sind wir mittlerweile alle 42. Und, ach ja, das Wichtigste, nur ja, kann, äh, Heiger. Ja, das ist wie Vitagar, nur heilt, heilt alle. Sehr schön. Ähm, was mir aufgefallen ist, hier hinten, ähm, ach nee, nicht schon wieder, ja, danke, ist eine Tusse mit einem U-Boot. Sprechen wir mal an. Oh, ihr nennt das Luftwasser euer eigen? Schon so lange warten wir auf euch. Bitte, helft dem Meerjungfrauen. Meerjungfrauen? Es gibt doch gar keine Meerjungfrauen, dachte ich. Okay. Ähm, das fast besteig. Das klingt leicht widerlich. Ja. Gut. Und wir kommen... Hm. Okay, wir befinden uns keine Ahnung wo. Kann man den auch gucken? Meerestempel. Zweite Ebene? Okay. Oh, und diese Monster. Logisch. Logisch. Gut, aber das dürfte eigentlich jetzt hier nicht so das Problemchen sein. Ähm. Gut. Wir gehen mal hier hoch und gucken mal hier, was seitlich ist. Hier kann man rein. Gibt es eine Truhe mit 2000 Guild? Wow. Ähm. Was ist hier so? Oh, noch eine Tür mit nichts. Wow. Pfff. Monster. Wow. Lindwurm und Wasserelementar. Tod. Tod. Ja. Kann man da lang nehmen? Ähm. Ja. Weis. Weishai und Hai. Weishai und Hai. So. So. Mal gucken was. Seetrollen und Seeskorpionen. Ja. Tod? Ja. Und? Tod. Juhu. Oh, da ist eine Tür. Mit nichts drin. Hm. Mal gucken was uns hier so für Items erwarten. Wassertempel, vielleicht irgendwas blitzhaftes. Wobei, eine Truhe. 9.900 Gil. Wow. Ähm. Gut. Vielleicht ist hier ja noch irgendwo eine Truhe. Fliehen. Ne, ne. Es sind ein paar zu viel. Aha, Mist. Und das Fliegen klappt nicht. Es klappt nicht. Fuck you. Okay, dann machen wir es ganz einfach. Ähm. Ähm. Das sind Wasserdinger. Machen wir einfach mal blitzger. Kann ja nerven, ne. Aber nicht so. Nicht so. Danke. Tod, oder? Ja, muss. Ansonsten lösche ich. Spiel. Beende ich es. Da machen wir einiges verkehrt. So. Ich glaube, da waren wir aber schon. Naja. Hier waren wir ja schon. Oh. Déjà vu. So ein kleiner. Ach, ja. 85. Tod. So. Da geht's hoch. Aber wir gucken erst noch mal, was da hinten so ist. Nachdem wir gekämpft haben. Nein, der weiße Hei hat überlebt. Weißer Hei. Dum dum. Dum 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 dum. Winnie steckt Level auf. Shizu steckt Level auf. Noya steckt Level auf. Kukuro steckt Level auf. Yay. Und da drinnen finden wir nichts. Oh. Ich glaube, da gab's jetzt auch nichts. Ich glaube, hier gibt es nichts, oder? Oh, nee. Hier kann man runter. Meeres Tempel 1. Okay. Das weiß ich nur nicht. Da ging's ja auch einmal eine Treppe hoch. Hm. Das ist natürlich... Hier geht's wieder hoch. Dann geht's da auch hoch. Leicht verwirrt. Maybe. Weißer Hei. Tod. So. Ähm. Was ist hier drin? Nichts. Geil. Dann gehen wir mal... Oh. Geist. Kreativer Name. Tod. Auch tot. Wobei, eigentlich Geister können ja nicht sterben. Naja, Geister gibt's noch nicht mal. Ähm. Oh. Was ist hier drin? 110 Gil. Ja, wieso nicht? Aber mich juckt's... Ähm. 450 Gil. Wow. Und hier geht's dann wieder runter. In Ersten. Gucken, was hier so ist. Wir laufen einfach mal überall lang. Hier ist eine Truhe. Mit Monster davor. Zwei weiße Haie. Klasse. Ähm. Ja. Tod? Tod. Oh. Nein! Oh, fail. Naja. Oh. Es wird... Ne, es wird noch nicht hell. Gut. Ja, wir haben gerade 4 Uhr 48. Morgens. Aber das geht noch. Wer lange Mittagsschlaf macht, der bleibt auch lange wach. Lichtachs gefunden. Ähm. Rüsten. Ist sogar schwächer. Dann lassen wir das erstmal. Ähm. Gut, die haben wir oben. Weil wir's können. Ähm. Bäm. Tot. Bäm. Tot. So. Hier drinnen. Oh. 2750 Kill. Monster. Juhu. So, hätten wir das auch. Drachentöter gefunden. Wie gehen wir außen rum? Schleife. Eine Schleife. Schützt bisweilen vor Statusveränderungen. Ich würd' sagen, das gehen wir auf jeden Fall nur ja, weil sie kann, äh, Statusveränderungen halt heilen und, joa, tolle Logik. Ich weiß. Och ne, Monster. Wir gucken mal weiter hier. Hier sind so viele Räume. Ähm. Ne, hier machen wir mal Geister. Müssten theoretisch anfällig sein. Und zur Noten machen wir einfach mal Folger. Und wir fangen mit Folger an. Und? Alle tot. Yay. Ähm. Okay, Seeschlange. Machen wir hier mal Blitz. Äh. Haben wir nur Blitzgar? Okay, machen wir Blitzgar. Und dann kommen wir mal Heiger. Mal gucken, wie viel Heiger so heilt. So. Magie, Moria. Heiger. Ja. So gut wie alle voll, außer Kokoro. Aber das macht jetzt nichts. Ähm. Wir fliehen jetzt mal. Wir gehen nämlich jetzt erstmal wieder hoch in Zweiten. Und gucken mal, weil da konnten wir ja nochmal irgendwie hochgehen. Gibt es obwohl? Man muss bestimmt dann noch mehr geben. Seetreu. Komm, ich will noch ein gutes Item hier finden. Oh ja. Druhen. 4. 450. Man kann es leicht übertreiben. Machen wir einfach Broterva. Und hier machen wir mal Eisblitzgar. Pfff. Nein. Haha. Wie einfach wieder alle Gegner dran sind. Ja, ja. Los. Hauen, Zauber. Raus, Kokoro. Yay. Rüsten tot sein. Ja. Ja. Riesenhandschuhe. Okay. Wir rüsten das alles mal später aus. Wir suchen erstmal. Ach ne. Mit dem Kämpfen wird hier langsam nervig. Klasse. Okay. Dann kämpfen wir. Ich will jetzt endlich mal Guardia sehen. Und hier machen wir wieder... Machen wir diesmal Eisra. WTF, was für ein Schaden. Und Guardia. Ja. Es läuft. Minishlight Level auf Shizu. Nur ja. Und Kokoro. Nein. Klasse. So. Hätten wir das Auge geschafft. Kokoro Stecklevel auf. Jetzt sind alle... 44. Yay. Black. Und wieder zwei Truhen. Gil und Monster. Wasserelementar. Was willst du denn alleine machen? Ja. Ja. Wieder Gil. Yay. Ach man. Feurer. Ja. So Kämpfe sind wunderbar. Feurer. Bam. Tot. So. Wie viel Gil haben wir eigentlich mittlerweile? Schon wieder über 100.000. Leck. Hier erstmal wieder einen Ausgang finden. Das ist zum Kotzen. Oh Mann. Na ja. Yay. Tot. Hm. Ach nee. Da ist er. Oh ja. Klar. Kämpfen wir nochmal. Ähm. Gladiar. Ja. Feurer. Bitte los. Gleich ein Zauber. Es muss alles schneller gehen. Yay. Yay. Hier waren wir mal glaube ich noch nicht. Also es kommt mir zumindest nicht bekannt vor. So. Und hier finden wir nichts. Weil von da kamen wir mal. Okay. Ach nö. Ist das doof. Okay. Das war ein Fehler mit ein anzugreifen. Klasse. Gut. Oh. Kuro. Kuro. Das ist sehr kritisch. So. Der ist tot. Heilen wir mal. Magie. Neuer. Heiger. Bam. So. Und so gut wie alle sind voll. Gut. Ich würde sagen ich mache an dieser Stelle einen Cut. Und wir sehen uns dann demnächst wieder hier im Wassertempel. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.